Im Facharztzentrum Regensburg, direkt neben dem Caritas Krankenhaus St. Josef, befindet sich WISPO, das Zentrum für Vitalität und Sport. Das Physiotherapiezentrum St. Josef nimmt eine eigenständige Rolle im WISPO-Zentrum ein. Neben der Physiotherapie setzt WISPO Maßstäbe in den Bereichen Sport, Fitness sowie Wellness und Entspannung. In Abstimmung mit den behandelnden Ärzten bietet Physiotherapeut Christian Rolfsteiner vielfältige Therapiemöglichkeiten an. Von der klassischen Krankengymnastik über das Beckenbodentraining bis zur manuellen Lymphdrainage. Besonderen Wert legt das Team auf gesundheitsschonende Trainings- und Therapiemöglichkeiten. Nach Beendigung der physiotherapeutischen Behandlung haben die Patienten die Möglichkeit, in den angrenzenden Fitnessräumen zu trainieren. Professionell betreut entstehen so aus vielen Patientenkontakten langfristige Mitgliedschaftsverhältnisse. Erfahren Sie mehr über Team, Angebote und Kurse unter www.wispo-regensburg.de Wir sind für Sie da!